Ja, hallo ihr Lieben! Mitten in den Vorbereitungen für unseren nächsten Trip. Ja, es gibt eine kleine Planänderung. Wir hatten ja unseren Bus in der Werkstatt und da gab es nicht so erfreuliche Neuigkeiten. Ja genau, unser lieber Bus ist jetzt ein Pflegefall geworden. Der Mann vom TÜV hat sich angeguckt, bevor wir eine reparieren lassen wollten und hat dann doch gesagt, es wäre TÜV möglich, aber und dann bam 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 was alles zu tun ist, was am Ende den Wert des lieben Busses doch bei Weitem übersteigt. Und deshalb werden wir wohl unser liebes Familienmitglied den Camperbus verabschieden müssen. Ja, das wird jetzt unser Budget echt sprengen und vor allem ist der letzte Trip wahrscheinlich und vor zwei Wochen ist dann doch ein bisschen heftig. Richtig schade, das war so ein treuer Begleiter, so viele Jahre lang. Ich war ja schon mit Jamie schwanger, habe ich den Buss mir angeschafft, habe mich da auch durch die Schwangerschaft begleitet und die ganzen ersten Jahre. Er hat so den ganzen Süden Europas gesehen, die Inseln alle, ringsherum ums Mittelmeer alles gesehen, dann die Kanaren gesehen, also selbst da ist er noch mal mit einer Fähre auf einer kleinen Kreuzfahrt gewesen. Insofern war das ein treuer Begleiter, der wirklich durch die engsten Gassen und durch die wildeste Natur mit uns gefahren ist, bis an den Beach, wenn man auf Fuerteventura noch daran denkt. Aber leider ist er in die Jahre gekommen und es gibt eben auch viel am Blech, am Unterboden zu machen, an der Bremse. Im Winter hier in Deutschland, das war auch immer blöd, hat auch immer viel verloren, war auch immer rostiger und zuletzt war er ja ein Jahr in der Scheune hier beim Nachbarn. Genau. Aber wir wären nicht weit und free, wenn wir uns nicht hinsetzen und sagen, hey, was machen wir dann? Ja, dann kam die Idee erstmal fliegen. Ja. Was aber auch ein bisschen heftig ist in den Herbstferien. Kostet in den Fällen so viel, als wenn man sich ein eigenes Schlugzeug kauft. Ja, genau. Von daher ist das dann auch relativ schnell verrufen worden. Und irgendwo ist das Abenteuer ja auch irgendwo verloren. Frau Doktor kommt auch gerade. Willst du mit aufs Bild, Frau Doktor? Ja, da haben wir uns überlegt, wie machen wir das jetzt am besten und haben uns entschieden, mit dem Auto zu fahren. Eigentlich ist es ja auch die ökologischste Variante, weil das ist ein Erdgasfahrzeug. Man hat am wenigsten Emissionen, preislich auch die beste Variante. Von daher zischen wir hier mit dem Auto los, machen einen Stop halt unterwegs. Ja, irgendwo in Italien oder besuchen noch Freunde im Schwarzwald. Ja, so dass wir dann ein spannender Rübertackern mit der Fähre übersetzen. Was mir zu erzählen. Dann werden wir dann quasi abends auf die Fähre fahren und morgens dann auf der Insel, vor der Insel aufwachen auf dem Meer. Ja, auf den Moment freue ich mich jetzt schon. Ja, und haben dann da eine kleine Ferienwohnung, wo wir alle Möglichkeiten haben. Wichtig für mich, dass wir eine gute Internetanbindung haben, dass ich da auch Platz habe zum Arbeiten, dass man da einen Platz hat wirklich und ganz in Ruhe, wenn ihr schon mal ein bisschen die Gegend unsicher macht, kann ich da ein bisschen meinem Job nachgehen. Da haben wir auch was gefunden und auch in unmittelbarer Nähe zum Meer. Ja, das ist perfekt, da kann man also hinlaufen, schaue ich mir die Kids morgens und gehe zum Strand. Und dann einfach mal ein bisschen chillen und mal wieder das Meer genießen. Und ihr könnt dabei sein, im nächsten Video werden wir schon wahrscheinlich auf der Insel sein. Vielleicht ein bisschen was von der Fahrt zeigen, mal gucken, ein bisschen durch die Schweiz oder irgend so ein paar Bilder, bis man mal sieht, okay, wie ist die Tour für denjenigen, der es vielleicht auch mal mit dem Fahrzeug auf die Insel Sardinien fahren möchte. Und die Zeit auf der Insel wird sicherlich auch das eine oder andere geben. Natürlich, auf jeden Fall. Sowohl von der Insel, schöne Strände, schöne Gegenden, aber wir wollen auch zwei, drei Themenvideos noch machen. Wir haben einen Blog, wir schreiben auch gerade einen neuen Blog für die Homepage. Im Blog auch schon mal erwähnt, dass man ein Video macht zum Thema Online-Jobs, die Ortsunabhängigkeit, welche gibt es da, was kann man da machen, was kann man da verdienen, dass ihr da auch mal so einen Einblick habt. Dann war noch ein weiteres Thema Kooperationen auch. Genau. Wie geht man das an? Wie man die anfragt und was man erwarten muss. Da sind sogar zwei, drei Dinge ja auch am Laufen, was ja auch ganz spannend ist. Das ist noch ein Thema, was auch viele interessiert. Ja, und vielleicht noch ein, zwei Themen mal gucken. Okay, dann seid gespannt. Ja, jetzt wird gepackt und dann geht es schon bald los. Jo. So ihr Lieben, wir haben jetzt noch zwei Tage Zeit und fangen jetzt langsam an zu packen. Die Jessie hilft mit. Wir haben schon mal Schwimmflügelchen für die Julie. Vielleicht können wir noch ins Meer gehen. Wir wissen nicht genau, wie warm es dann sein wird, aber wir sind mal zuversichtlich. Dann haben wir wahrscheinlich nur einen Rucksack, weil es ja nur zwei Wochen sind. Und wir haben jetzt ja auch ein Ferienhaus und da können wir dann also auch waschen. Da brauchen wir nicht ganz so viel mitnehmen. So, dann haben wir so ein paar leichte lange Hosen für die Julie und ein Strickjäckchen, falls es abends doch kälter wird. Dann T-Shirts, kurze Tanktops, kurze Hosen, eine Badehose und ihr Lieblingskleid. Das kann sie dann auch nochmal anziehen. So, dann haben wir für Jessie auch ein paar lange Hosen, kleine süße Schwimmhöschen, Bodys, Langarm-Kurzarm, so Onesies und einen kleinen Pulli, falls es frischer ist. Dann ihr dann schönes Kleidchen. Das ist noch von Julie. Ist eigentlich alles fast von Julie. Ähm, ja. So, dann haben wir für den Jamie beide Hosen, T-Shirts, Langarm-Shirt, noch ein paar Tanktops, lange Hose, kurze Hosen. So, dann haben wir hier noch meine Sachen. Jeans, ein paar lange Hosen, T-Shirts und Tanktops, ein paar kurze Hosen und ein bisschen was wärmeres. Dann noch ein paar Bikinis. So, das sind Kellos-Sachen, auch noch ein paar kurze Cargos und eine lange Jeans, ein paar Shirts, eine Badehose und natürlich eine Sonnenbrille. Dann kommt unser Strandlaken mit. Das nehmen wir dann für den Strand. Dann haben wir noch ein paar Kuscheldecken für die Kids. Das haben wir schon ganz lange. Damit decken sie sich echt gerne zu. Und das ist für Jessie, ein bisschen was wärmeres. Hier haben wir noch eine Extratasche für so ein bisschen wärmere Sachen für unterwegs. Da wird es ja doch noch ein bisschen kalt werden. Da müssen wir durch die Schweiz fahren, durch Italien. Hier haben wir noch ein paar Fächer für Waschzeug und was man halt so braucht. Dann sind wir gleich in die Familie. Dann ist es mal gelegt. Dann werden wir übrigens mit einem Schrot pazart, über die Bildung des Päten und was es nicht in der Schule in der Schule. Dann würde ich noch ein paar Kuscheldecken nachher. Dann wird es bei der Schule nachher bei der Schule in der Schule. Dann muss man sich auch gut über die Kindererdecke. Dann müssen wir uns dieses Päts 말씀 und an puckern. Also, dass wir die Kindererdecke haben. Und dann können wir die Kindererdecke bekommen oder die Kindererdecke machen können. Ich habe wieder falsch, was es die Kindererdecke für die Kindererdecke. so das packen ist geschafft ach so bevor ich vergesse diese taschen haben wir auch noch dabei das ist das einmal die wickeltasche und die equipment tasche für die laptops und haben hier noch ganz viele fächer und das ist immer ganz gut man unterwegs ist mit kindern kann man dann schnell mal irgendwelche schnullis reinstecken oder irgendwelche kleinigkeiten was macht ihr zwei schön ist ja packen ist also jetzt einfach mal geschafft und dann kommt noch ein paar kleinigkeiten dazu für die kinder noch ein paar spiel sachen ist eine lange autofahrt wahrscheinlich ein paar wimmelbücher mitnehmen und kartenspiel für jamie paar stops geht das ja immer ganz gut mit den rasthöfen mit spielplätzen komm her julie freust du dich ja wieder ans meer und an strand spielen ich koche für euch beiden etwas leckeres zu essen ja genau ich kann jetzt gerade nicht aufstehen jesse hat mich hier die juli hat nämlich ganz viel gemüse und kocht da immer ganz leckere sachen so jetzt gehen wir noch ein bisschen raus diese woche ist echt noch mal richtig tolles wetter geworden jetzt hört immer die sydney nach die sydney was macht die sydney ja die sydney die kommt übrigens nicht mit die wollten wir eigentlich mitnehmen klar wäre nicht so schön für sie gewesen mit der viere in den käfig zu sein und die lange fahrt dahin und so aber wir hätten sie gern mitgenommen aber jetzt hat sich noch mal der unser bekannter gemeldet der sydney ja schon mal hatte als wir auf den kanalen waren letztes jahr und der wollte sie gerne wieder nehmen das angebot haben wir jetzt angenommen dann hat die sydney da keinen stress wäre zwar auch schön gewesen also im bus wäre es anders gewesen aber so im auto ist auch blöd für sydney deswegen lassen wir sie hier und hat sie dann keinen stress ja ja ist total komisch ohne den bus loszufahren ist auch irgendwie immer dabei gewesen war immer unser reisebegleiter und hat uns auch schon darauf gefreut den einzug wieder alles einzupacken und mit den loszufahren und dann da am strand auch direkt schlafen zu können und unterwegs zu sein das war insel jetzt haben wir eben eine ferienwohnung und sind an einem fleck jetzt können wir da auch ein bisschen rumfahren natürlich also noch ein paar schöne strände drumherum aber es ist doch was anderes ist jetzt so und das müssen wir jetzt so annehmen ja und den bus holen wir dann jetzt heute noch von der werkstatt ab und da müssen wir mal sehen was daraus wird wahrscheinlich haben wir ein paar kaufen sehr schöne jahre mit dem bus sehr schöne erinnerungen bye 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 Bis zum nächsten Mal.